Ja moin, jetzt geht es auf einmal wieder. Nun meine lieben Freunde, es steht vor dem Finale. Wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Na, das wird ein Spaß hier. Ja. Auf, Hoss, das Ganze. Alter, das hier ist wirklich super easy. Wir haben jetzt schon 700.000, was? Ich hätte das gar nicht mal so einfach in den Händen gehabt. Da sieht man, was alles noch dazu kommen kann. Ja. 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 Erledigt. Sechs Minuten und ich mache das in drei. Zweieinhalb. Bisschen viel Zeit, aber okay. Die Super Story. Die Super Story. Die Super Story. 100.000 sind ja verlangt. Vom Spiel. Ich glaube die Multiplikatoren dürfen nicht verwendet werden. Kann das sein? War das so? Die Multiplikatoren dürften nicht verwendet werden. Kann das sein? Schauen wir einfach gleich mal. Ja. 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 Oha. Oha. Uha. Wohl. Das erste Viertel ist ja erledigt, aber es kommt da noch mehr. So, danke. Nein! Ja. Scheiße. Das ist dann natürlich aufgewacht. Hat zu lange gedauert. Nein! Was machst du? Nimm das! Holy shit! Ich habe eine Stunde für 6 Level Leute! Eine Stunde für 6 fucking Level! Mervt euch das! Mervt euch das! Hey Daniel! Ich bin sehr dankbar. Wo ist das? Ich bin echt gar nicht aufgewacht. Ich bin echt ein blockierer Eier. Ich bin echt ein blockierer Eier noch. das jetzt so lecken ich gibt mir das ding zurück das dach hat hier nicht alles so lange dauern das ist mein problem wo ist der letzte zieh mal bitte nicht so viel Zeit Junge ist der letzte denn da oh meine Frise ja die man braucht doch natürlich nicht sofort auf ne man kennt sie eben das dauert hier eindeutig zu lange die Zeit läuft und läuft ne die ist nicht still ja 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 Mann! Fuck! Natürlich mussten die mich jetzt hier nerven wieder. Gebt das Ding hier! Die sind so schön! Ich mag es nach Beobachter! Ich bin gut. 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 Holy shits. Man fühlt sich hier halt immer ein bisschen gestresst, ne? Man fühlt sich hier an. Oh, we're out, bro. Oh, we're out. 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 Oh, oh, we're out. Oh, oh, we're out. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich liege nicht gut in der Zeit, überhaupt nicht. Zehn Minuten sind schon oben. Hm. Ich liege nicht. Ich liege nicht. Ich liege nicht. Alles andere muss schneller gehen. Weil 10 Minuten für das Level schon ist viel. Hallo wo steckst du? Ich habe keine Zeit für dich. Ich liege nicht. Der Rest muss wirklich schneller gehen. Sonst haben wir ein Problem. Ich liege nicht. 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 Ach Junge, ist das wild. Ich liege nicht. Ich liege nicht. Lass das doch. Mann. Zieht doch nicht meine Zeit, ey. Ich liege nicht. Ich liege nicht. ARD Text im Auftrag von Funk Das war's für heute. Das wird super knapp. Nein, nicht nochmal hoch. Oh man. Nein, kapisst euch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? So lange ich die hunderttausende als Ziel kriege, dürfte die Zeit eigentlich nicht mein Problem sein. Ich meine, es fehlen ja nur noch 25.000. So lange ich die Hunderttausende. So lange ich die Hunderttausende. Oder muss ich doch die Zeit unterbieten? Ja, es wird ja einfach nichts. So lange ich die Hunderttausende. Ich weiß nicht, ob es auch geht, wenn man über der Zeit ist. Ich denke nämlich nicht. So lange ich die Hunderttausende. 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 Oder geht es einfach rein zum Abschließen? Und dann geht es einfach rein. Was ist das? Was ist das? Jesus Christ! Es ist erst das 4. Level von 6. Was glaubt ihr also wie spaßig das noch wird? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 14 Minuten für das letzte Level. Ich weiß nicht für was die den Goldschein geben. Für die hunderttausend Stats oder für den Rekord. Also Zeit Rekord. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Ja, es muss hier alles sitzen. Wirklich alles. Es muss alles sitzen jetzt. Ja, es muss hier sein. Nein, ich sagte, es muss alles sitzen. Oh, leck mich doch. 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 Okay, jetzt raus hier. In den letzten knapp 10 Minuten. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Zum Glück. Ein Glück, dass die letzten Level so kurz sind. weil wenn die genauso lang gewesen wie die ersten vier Level, dann hätten wir es echt nicht geschafft in der Zeit. Das war's für heute. Oh Alle Goldsteine Juhu Bitte sehr 100% Und nun? Wo hatten wir diese Fontäne nochmal nicht in die Richtung Ach direkt hier Bauen wir sie Nun endlich zusammen 100% Und Let it rain Mastered Lego Star Wars 2 Da Danzen wir doch gleich mal ab Und es sieht wie folgt aus Mastered Lego Star Wars 2 Ich schicke euch jetzt zum guten Blues Pro Bei Metroid Prime Wir sehen uns morgen bei Lego Star Wars die Skywalker Sager Bis dahin und ciao Sprecher Schrecher 2 Ja Päin Sprecher Er Wir